So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO und eigentlich war heute angesetzt, also ein Dioxys Raid Stream nochmal, Raids für Zuschauer von 11 bis 11, also 11 bis 23 Uhr, 12 Stunden, wir wollten nochmal durchziehen, ich wollte, dass jede Dioxys Form 3 Streams bekommt, ich wollte, dass jede Dioxys Form einen mindestens 12 Stunden Stream bekommt, einmalig, das hat alles sehr gut geklappt, bei der Normalform richtig stark, bei der Verteidigungsform richtig stark, habe ich auch mitgemacht, habe mir mein Hunderter gegönnt, habe ewig Raids gemacht, bis ich das Shiny bekommen habe, bei der Initiative Form sieht das jetzt leider alles anders aus, entweder sind die Leute alle geschlaucht von gestern, weil gestern die Jodo-Tour so brutal war, so viel los war, oder weil sie einfach bedient sind, einfach keinen Bock auf Dioxys haben, oder die meisten spufen heute gerade in Mexiko rum und gönnen sich da die Vögel, die eigentlich noch ausgelutschter sind, ich weiß es nicht, woran es lag, Wir haben den Stream jetzt auf jeden Fall kurz vor 19 Uhr abgebrochen, weil wirklich einfach gar nichts mehr los war, sich wirklich gar keiner mehr angestellt hat, wenn dann vereinzelt mal irgendein neuer Spieler, der das erste Mal von dem Kanal hört, kommt und sagt, hey, kann man hier ein Raid mitmachen, aber eigentlich sollte das ja für die Community sein, euch bei der Shiny-Suche zu helfen, Es war jetzt aber so wenig los, dass wir es jetzt einfach sein gelassen haben, weil uns das zeigt, es ist einfach kein Bedarf mehr da, oder die Leute haben endgültig die Nase voll von Dioxys, Auch wenn jetzt wahrscheinlich nicht jeder sein Shiny bekommen hat, vielleicht kommt alles nochmal, dann kann man da nochmal was machen, ich bin durch, ich habe alle vier Shinies bekommen, gleichzeitig, wenn jetzt alles tot war, an einem Sonntag, wo eigentlich jeder Zeit hat, wird es auch dann morgen keinen Stream dazu mehr geben, Ich werde jetzt gleich die Mama abholen und wir werden doch verspätet, trotzdem in unseren Sonntag gehen, bisschen Breaking Bad gucken wahrscheinlich und morgen Dönerlotz einkaufen, Rewe, sonst was, Wege erledigen, ich habe wirklich alles gegeben, ich habe durchgehalten die ganze Zeit, Aber, wenn kein Bedarf mehr da ist, muss man sie nicht künstlich in die Länge ziehen. Was anderes, was während des Streams aufkam, überall saßen plötzlich Alola Kokowais rum und die Leute haben schon gesagt, hä, ist gerade Alola Kokowai, Spotlightstunden, irgendwas, wieso sitzen die hier überall? Wir haben während des Streams ein Pokémon-Present geguckt, wo verschiedene neue Pokémon-Projekte und Sachen angekündigt wurden, Ähm, es gab auch für Legenden Arceus ein Update, was angekündigt wurde, was man heute auch direkt dann ziehen kann oder veröffentlicht wird, für Schwert und Schild gibt es Updates, Schwert und Schild für Diamant und Perl, dann wurde ganz am Ende alles in komplett ausgerastet, Generation 9 angekündigt, Generation 9, eine ganz neue Pokémon-Welt, in zwei ganz neue Pokémon-Spiele, äh, das war das Highlight wohl für alles, Ende des Jahres, da sind wir wieder gespannt, welche Version wer wie wo nimmt, was man da für Pokémon noch findet, was alles reinkommt, wird irgendwann auch für Pokémon Go relevant sein. Und ganz am Anfang, ganz kurz, wurde auch gezeigt, die Alola-Region kommt jetzt zu Pokémon Go. Jo, und zwar nämlich am Dienstag. Und am Dienstag verschwindet auch endlich Dioxys. Am Dienstag gibt es eigentlich dann den Raid-Boss-Wechsel und es kommt was anderes in die Fünfer-Raids, aber es weiß immer noch keiner was. Die ganze Zeit sollte man raten, wir haben so gesagt, vielleicht, ja, Latios, Latios, äh, Latias und Latios. Dann hieß es wieder, ja, jetzt Alola, da gibt's Alola-Legendäre, die da reinkommen, richtig brutal, sie sagen jetzt was anderes. Ich hab keine Ahnung von der Alola-Region an sich, ich kenn die Spiele nicht. Wir wollen mal kurz den Trailer hier dazu noch angucken. Ihr könnt eure Meinung zur Alola-Region sagen, freut ihr euch drauf. Am Dienstag beginnt eine komplett neue Season, also wieder drei Monate die Alola-Jahreszeit mit diversen Alola-Pokémon und Events und jeden Monat auch eben anderen Raid-Bossen. Wer den Trailer hier noch nicht gesehen hat, also ist eigentlich ein Teaser und kein Trailer, guckt's euch mal kurz an. Und boom. Frisch brutal. So viel Gewalt. Ja, und das war eigentlich theoretisch schon alles, also Pokémon Go sagt Alola zu einer neuen Jahreszeit. Das heißt natürlich, wenn die Jahreszeit jetzt da ist, um ist, gibt es auch nicht mehr dieses garantierte XL beim Tauschen, was sehr schade ist, aber wer weiß, was die neue Jahreszeit bringt. Deswegen steht nochmal alles hier. Weitere Pokémon aus der aus Pokémon Sonne und Pokémon Mond bekannten Alola-Region erscheinen bald in Pokémon Go. In der Alola-Jahreszeit, da warten euch drei Monate lang eine Fülle an Events zu den verschiedenen Pokémon, die in dieser Zeit ihr Debüt in Pokémon Go geben. Weitere Details folgen morgen, also am Montag. Und ich hoffe, da wird am Montag dann auch endlich der Event-Kalender für den März mit dem Feldforschungsdurchbruch, den Spotlight-Stunden, den Raid-Stunden, den Raid-Bossen für März, alles angekündigt. Denn darauf warten die meisten Leute. Ein tropischer Auftakt und das war auch das, was eben war, dass überall plötzlich seit 15 Uhr, seitdem dies bekannt wurde, Alola-Kogowai rumgesessen hat. Zur Feier der neuen Jahreszeit erscheinen wilde Alola-Kogowai. Mit etwas Glück begegnet ihr diesem Pokémon auch noch nach Beginn der Jahreszeit. Und viele im Stream haben auch gesagt, ey, da sitzen überall Bäume, was ist da denn los? Oh, Shiny! Einer hat gleich zwei Hunderter sich gegönnt, der nächste hat wieder Shiny gegönnt, der nächste Shiny, der nächste wieder Hunderter. Also das war auf jeden Fall total verrückt, dass überall plötzlich diese Alola-Kogowai gesessen haben. Sah lustig aus, hat Bock gemacht. Alle so, warum, warum? In den Fangruppen, in den Chats, in den Streams, überall, was ist das, was soll das? Wir wissen immer noch nicht, was im März für Raid-Bausse kommen, aber morgen spätestens muss es ja gesagt werden, denn Dienstag ist es soweit. Und da werde ich dann am Dienstag sicherlich wieder einen Community-Raid machen, vor Ort mit Video, was die meisten ja immer total cool finden und feiern. Und ich denke mal, es wird eben was ganz Neues sein aus der Alola-Region, was das allererste Mal da ist. Sind wir gespannt? Ich habe Bock, ihr habt sicherlich auch Bock. Ich hole jetzt das Muttertier, lade es noch kurz hoch. Und würde sagen, wir sehen uns morgen. Peace out, vorhaut euer Ramses.